Innovativ, flexibel und individuell. Das ist die Anlagen- und Haustechnik Carsten Simmelka GmbH. Unser großes Spektrum umfasst die ganze Bandbreite des Anlagenbaus sowie der Haustechnik. Wir bieten sämtliche Leistungen, vom klassischen Installateur über das Heizungsbauerhandwerk bis hin zum Industriebedarf und haben als geprüfter Sachverständiger vom WDSH e.V. immer die passende Lösung parat. Bei uns erhalten Sie mehr als den gewöhnlichen Meisterservice. Lassen Sie sich von unserem qualifizierten Fachpersonal beraten und in allen Phasen des Projektes, angefangen von der Planung über die Umsetzung bis hin zum Wartungsservice, begleiten. Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. Denn unser Know-how ist Ihr Gewinn. Sprechen Sie uns an. Wir öffnen Sieg.